so was habe ich den tritt bekommen wie sieht es denn levelmäßig aus oder bist du noch vor wie viele wie viele balken hast voll 33 bei ok dann kann ich ja nicht immer auf die plus 15 erfahrung verzichten doch ja 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 auf jeden fall wieder ein muss immer noch schuhe jetzt habe ich ziemlich gute eigentlich tatsächlich war ja die sind besser ist an dinge wie viel schaden machst du jetzt 1628 20 na gut 1200 irgendwas siehst du sind wir ein bisschen wieder nah dran handwerker barrieren aufwerten naja so für die geld hast du äh 58.200 was warum so wenig ach so weil ja keine ahnung hast du transmophobiert gerade ja ist egal was war und was denn hast du nackt transmophobiert oder was ich habe gar nichts gemacht ach was hast du da hinten drauf naja warum hast du so wenig kohle ähm ich habe 180.000 ach ich habe meinen schmied auf stufe 9 jetzt ach so stimmt das war ja die geschichte ist das überhaupt ein ziel kann man überhaupt die ziele ich glaube aktuell ist es kein ziel oben neben meister da das erste sozusagen zeichen hä was ach so doch auf stufe 10 müssen wir ihn schaffen alle drei hast du gefunden äh ne ich weiß nicht du siehst doch oben neutristram oben rechts da sind noch drei kleine zeichen etappen 1 sozusagen ok naja ja mystikerin ja muss man alles aufrufen na gut dann habe ich das ja richtig gemacht na hier skelette jones skelette jones wie sieht die denn von vorne aus auf jeden fall ziemlich rosa farben stimmt ich könnte auch mal was transport gegeben wenn das nicht so teuer ist mal alter halb drei lass uns mal zum nächsten checkpoint und dann ausmachen oder äh wir sind eigentlich gleich bei äh bei dem mbos na das dauert noch lange alter eigentlich wir sind doch gleich erst bei oh wie heißt das hier ähm den 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 werter vom gefängnis ja und dann dauert es noch ein bisschen bist du schon wieder durchs teleport nein so ja ich jetzt mal transmorph mal irgendwie mal angekommen ja ich habe mir den helmen zu meinem wie heißt es zu diesem toten kopf da gemacht weil den finde ich einfach krank auch wie dass die 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 da Na ja, da ist auch der Fall. Alter, mein Krabbelviech hat 75 Gold vergessen, Alter. Deine Macke, what? What the fuck? Das ist eine flüstende Axt. Sei leise! Staut sie jetzt. Wo sie hinhaut, wird geflüstert. Oh, tschau. Pest. Ja, genau. Da gab's aber grad'n Ruckler. Echt? Bei mir nicht. Oh, süß. Einmal kurz anhalten, bitte. Achso. Achso. Achso, nee, bei mir hat der Ruckler. Oh, ja. Oh, hier. Eee. Halt Lalalala Lalalala Egal Geil, jetzt haue ich den Schlechter gleich mit dem Schlechter umso nach Motto Brötchen mit seiner eigenen Stimme nieder Richtig Hallo Oh, was? Ey, die Böge Die Eisbrocken Ich bin aufgeläht, Alter, ich weiß nicht, dass du damit bist Hier hinten war noch ne Kiste Ein makelloser Smaragd Oh, nein, weil er schon niedergewalt ist Das ist ja möglich Mann Ich verdruck mich hier die ganze Zeit Hallo Kopf Was ist denn hier los? Gleich zwei nebeneinander? Ja, zwei, also, ist öfter so Was ist das? Uh Kurz einen fahren lassen Ja, ich hab auch ein bisschen rumgezappelt, ja Andere an der Platte entzündet Ah stimmt, kommt hier nach dem Gefängnis nicht schon der Schlechter Was ist das denn? Ja, wir müssen dann noch eine einzige Ebene machen und dann ist ein Spiel ja schon da Ja, wir sind da Ja, wir sind da Es geht ab, Alter 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 Alter, das ist so überzeugend die Fähigkeit Die Götter haben beschlossen, mich von meinen Qualen zu erlösen Sprengtrotz Spritztrotz, Alter Ah, hier Boah, fünf Stück haben wir ja gleich schon, ne Dann sei den Göttern Alter, oh mein Oh, hier ist auch ein Sturm, ist er gar nicht mehr Ja, ich hab das von hinten schon alles erledigt Ich merk schon Die Dinger haben eine Reichweite, das ist so recht Ich glaub, du bist gelaufen Aber ich glaub, ich hab eh den Punkt Knochenwohlen Oh, Fegefeuer, von der Herr Nürn Oh, scheiße Alter, wie man einfach überall nur meine scheiß Teile da rumfliegen würde Fürstet nicht das Ende Wie ich da einfach reinkomme und einfach nur für Chaos sorge Mich einfach fair bleiben und für Chaos sorge, Alter Das ist so übel Ich blieb Ach, Alter Was ist das denn, ne grobes Claymore What? Gold? Nee, nee Es ist leider nur so ein graues Teil Alter, hier noch nie die Lachse von Aber eine Claymore Toll, jetzt müssen wir wegen einem behinderten Gefangenen Wie heißt das hier, die andere Seite absuchen, ne? Gab's vorher auch schon eine Claymore? Ja, ich glaub, ja doch, doch Ja Bei Claymore erinnert mich das immer an, äh, hier Ja, ja An, äh Two Worlds Genau, Two Worlds Jaaaaaaah Ich sterbe! What? Der ätzende Gurbel Gesprengt die Brücke Die Krautsch darf nicht über die Brücke Wie viel rein? Alter! Bist du bescheuert? Geil, Alter Sprickst du mein Golem da rein, Alter Echt ein Haufen Herrliche Find ich aber geil, ehrlich Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Die Brücke stand nur dabei Boah Schau mal auf, Junge Mach die Tür auf den Fotos Alter, ich prüfen hier die Oma, äh, die Oma aus dem Sessel Bats Die Oma ist natürlich auch Ah, ist der Nächste ich mache wieder gutiger Ernst, das ist besser Na, kommt man da oben raus? Ne, natürlich nicht Ich hab mein, wie heißt das hier, Essenz mal nur aufgepimpt deswegen Die hab ich eigentlich dauervoll Soll ich nicht Wie aus so'ner scheiß, so'n scheiß Aal Steh' auf! Wie aus so'n scheiß Aal So, so'ne fette Leiche Ach so! Wann bist du da schön? Wer, den Türken, äh, Wertertürken Die Türken Ich bin der Einzige hier Muss ich alles selbst machen Ja So sei es Stellt euch auf Wüste, Ersinken Okay Aaaaaaah Aaaaaaah Der hat sich nur einmal kurz mit Wind und ist die Schuhe nicht heruntergefallen Er hat nur einmal kurz gefurzt und er weg war, ey Ach du Kacke Aaaaaah Alter, nur Schrott Ey, dabei, weiß er sein Ja, klar aus den Gängern kommt eigentlich fast nur Schrott raus Aaaaaah Du Scha- aaaaaah Was los? Alter, ich hab ja schon ein Schlechtern, aber jetzt hab ich mir jetzt halt nen Stab gekippt mit dem ich nochmal 33% mehr mach Schaden Oh, what the fuck Oh, what the fuck Alter Scheiße So, einmal Kopf ab, bitte Aber den nehm ich jetzt erstmal Na, nimm ruhig Alter, du bist schon gelevelt? Bist du behindert? Hä? Wieso machst du denn so viel Erfahrung? Erzähl mal bitte Warte Ach egal, ist auch egal Ähm Ich mach 73 Erfahrungen pro Tötetgegner Ich mach 134 Ja, dann müsstest du bald rankommen Ja, ich bin die ganze Zeit eigentlich vor dir gewesen Ja, ja, aber ich hab ja jetzt vor kurzem meine Sachen gewechselt Müsstest du jetzt eigentlich ran, aber... Ich bin die ganze Zeit vor dir gewesen Ja, ja Ja, deswegen verstehe ich nicht, warum du jetzt auf einmal vor mir bist Das ist eigentlich nicht möglich Hm, das weiß ich nicht Aua Aua Vergesst du Hahaha Wie bei mir, wir beide da graben Geil Verstehe ich echt nicht, wie du mich überraschst, oder? Ist ja ein Ding Ach, warte, um dich Ist ja nur einer Ja, was zum? Verstehe ich nicht Ich war aber aller Tabler bevor, ich weiß auch mal Echte Dinge Doch, warst sogar kurz mal... Äh, 1,2 Ja, deswegen verstehe ich das echt nicht, was da gerade kaputt geht Dann ist er noch mal nicht Aua Aua Nein Ey, Pond, ey Aua 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 Waaahhh … Panik… Wir levelieren und können gar nicht gucken was wir hierher soll überhaupt fliegen sind. Oh, kreis. Uh, scheisse! Will meppen wir mal. Das kann ich nicht tun! Das ist so übertrieben. Ich bin wenigstens froh, dass wir nicht unsere Leichen teilen. Ja, das wäre echt fach. Was? Was? Jetzt bin ich froh, hier? Hä? Ich sag doch! Alter, ich hab doch einfach geguckt, dass ich glaube ich 37 kam. Das war doch eben erst in 1 Sekunde. Das ist so. 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 Ich bin so glaube ich jetzt schon fast voll. Ja, fast. Ich komme! Das ist so. Das ist so. Das ist so. Ich geh mal durch hier. Ja, lass mich durch! Ich komm hier nicht durch! Ich geh von der anderen Seite, geh von der anderen Seite! Scheiße! Ich habe ihn. Ich hab ihn. Ausgehalten, so. Wow, 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 wow! Ich kann nicht mehr dran! Ich bin voll! Das ist ja übel, Alter. Hier war ja richtig gerade mal ein Nahes Hexen. So, dann lass uns mal in die Stadt. Boah, will ich voll. Was ist das denn für ein Kleidchen? Boah, mit 144 Rüstung. Was? Das ist ein neues Kleid, oder? Boah, leider nicht gelb, aber zweifach gesockelt. Oh, meine aktuelle Ressort ist auch zweifach gesockelt. Oh, Alter, sieht der Golem ekelig aus. Und mit den Adern da auch noch drin. Hör mal auf den Muschinen, Alter. Das ist echt widerlich. Boah, eine Handwaffe mit 87 Schaden. Nicht schlecht. Oh Gott. Stiefeletten mit 105 Rüstung. Und alles auf Grün. Eine Hose mit 158 Rüstung. Boah, ist zur Hölle. Was ist denn hier los? Ah ja, wir sind ja jetzt lange wie wir. Ein bisschen. Ja. Alter, ist das ein Ziegenkopf. Geil. Also ich tue jetzt mal meine Fähigkeiten, weil wir das halt abchecken, ne? Ah, das ist ein Schulterschutz. Boah, das ist ein Schulterschutz. What? Alter, habe ich viele gute Sachen bekommen. Ja, ja. Todessense habe ich das nicht? Ja, geil. Ach so, ich habe immer noch eine blaue, immer noch blaue Armschinen. Jetzt haben wir das Land der Toten. Gib mir deine Pfoten. Jo. Komm, Leerux-Krone. Weg damit. Tschüss. Boah, jetzt mache ich 1456 Schaden. Okay. Wie viel Zähigkeit hast du jetzt mittlerweile? Ähm, muss ich gleich mal gucken, ne? Ähm. Zähigkeit 22.701. Warte. Wie viel? 22.701. Okay, ich habe auch 22.345, also... Okay. Erholung. Zähl du mal. Äh, 1443. Äh, 585. Oh, wow. Das ist... Wenig. Ja. 8.950, äh... So, ich gehe mal schon wieder rein. Ja, ich komme gleich. Ich packe mir noch die... ...Steinchen in die Kiste. Alter. So. Alter, iiiiih, wie sehe ich denn aus? Damit das... Jetzt bin ich echt so eine Domina. Ja, cool. Dein Helm ist ja fast doch geiler als meiner. Ja, das ist... Wohl, glaube ich. Ja, das ist... Ja, das ist nicht der Zebenkopf, den ich meinte, aber... Der sieht halt cool aus. Das ist so ein Erdogan im Kopf, heute. Heftige. Oh, Alter, ich muss das unbedingt gut haben. Erdogan, guck mal. Aus dir wird noch eine großartige Leiche. Aus dir wird noch eine großartige Leiche. Ich habe die Verbindung zum Spiel verloren. Was? Ja? Ernsthaft? Warte, ich kann mal das Spiel fortführen. Bist du noch im Spiel? Ja, ich bin noch im Spiel. Ich frag mich nur für wie lange, weil... Ja, mal gucken. Die können doch nicht die Server einfach down machen. Also... See Game ist jetzt online. Offline online. Fehlercode 1016. Hä? Jetzt bin ich komplett raus. Hä? Alter. Warte mal. Ich muss... Ich bin komplett rausgepömmelt. Ich habe schon gedacht, du bist weg. Nee, nee. Weil du auf einmal... Wie heißt das hier? Bewegt sich nicht mehr nichts, gar nichts, ey. Und du warst auch leise zu dem Zeitpunkt, deswegen dachte ich so, ähm, alter, ey. Ja. Ah, jetzt bist du wieder... Mach mich mal ein. Hä? Wie kann ich das denn machen? Ach so, einfach auf Freundesliste unten rechts und dann wäre es halt hier... ... im Gruppe einladen. So, jetzt bin ich mit drum wieder. Ein Verbündeter ist zu mir gestoßen, aber unsere Feinde sind stärker geworden. Hä? Das wird nichts. Ach so, Hüftüche. Ja, bist du da, weil dein Comic... Ja, warte, einen Moment, ich bin noch an der Stadt. Jetzt bin ich komplett weiß. Oder fast komplett weiß. So. Ah ja. So, jetzt kannst du... Ach so, bist du schon da. Naja. Weil ich sehe jetzt natürlich keine aufgedeckte März mehr, deswegen... Voll blöd, das ist doch... Aber, äh, ist wenigstens gut, dass du wieder reinkommen kannst. Alter, hier findet man so viel Crap, weiß das eigentlich, ey. Ja, also hier findet man jetzt kaum irgendeine tolle Sachen. Feuer, ja, hol ich da aus. Alter. Römer. Ich hab mich mal hier, wie heißt das, umdeckt? Neue Transmorphikation? Au. Oh, Pflegel. Oh, ich auch. Ja, Pflegel. Cool. Hab ich schon. Ja, nice. Dann mit dem anderen. Cool, Herrgann, ja. Okay, da geht's los. Haben wir die Attacken so, wie wir sie wollen? Ähm... Leichen kann ich machen, ja? Alter. So, dann lass uns, wa? Nein! Ha, du Wichser. Haha. Lass deine Waffe stecken, Hähnchen. Tram und holt sich über der Leiche des alten Meistern aus dem Kopf. Aber sei das größer als meiner, oh. Alter. Und du, wenn du so eine riesige Waffe tragen würdest? Ich darf schon stehen, der Schlechter. Und warum heißt der Schlechter? Weil der Schlechter ist er als ich. Oh, ja. Ich hab's in mir an. Für seine Sense. In der Ostenalge ist. Ja, da seine kleine Handsense. Das ist arg. Aua! Ui, wobei dahin? Was heißt hier? Feigling. Was schriftet gleich Feigling? Na, na. Aua. Lass mich kurz an die Hau fallen. Aua! Attacke! Au! Oh, weg da. Weg da. Ja. Oh, scheiße. Oh, Alter. Der hat mich gerade um zu sich gezogen. Ich bin tot. Ah, ich kann nicht. Nee, nee, nee. Kannst nicht. Nee, nee, nee. Mach nicht. Geht's irgendwie zurück? Nee, nee, nee. Lass, lass, lass. Alter. Wie scheiße. Ich hatte... Ich hatte mich zu rutsig gehalten. Boah. Jetzt werden wir... Nein. Boah. Alter. Genau das hat er nämlich mit mir auch gemacht. Oh. Alter. Alter, das ist jetzt echt fies. Ah, das war echt dämlich von mir. Ja, jetzt. Komm, komm. Danke. Uhuhu. Oh, shit. Oh, shit. Alter. Oh, Alter, ne Axt. Ja, Mann. Ne Axt. Gold, ne Stiefel. Ah, ne goldene Axt. Oh, ja. Ich will ne Axt haben. Okay. Rrrrrrrr. Ist das dein fucking Ernst? Was hast du gesagt? Gensanikur. Ihr beschwert manchmal einen geisterhaften Champion der Gefallenen, wenn ihr angreift. Hm, okay. Ich hab jetzt die Schlammspritzer mit Eisenkappe. Boah, ich müsste die eigentlich echt mal einsetzen, aber ich mach dadurch weniger Schaden. Aber die hat den Sockel. Was hast du bekommen? Ähm, Schlammspritzer mit Eisenkappe. Warte. Ach, die hast du gekriegt? Okay. Oh, die ist ja... Oh, die sind krass. Ach, warte mal kurz. Ich will mal was ausprobieren. Ne, würde ich weniger machen, okay. Aber... Skelett-Magier leider auf Skelett-Magier und nicht auf... Wie heißt das hier? Naja, gut, doch. 1822. Oh, ich hab ne gelbe Waffe bekommen, die 182 Schaden macht. Oh. Oh, aber die Axt ist schnell. Und vor allem... Die ist ein Hand! Ja, ja, klar. Das ist ja jetzt erst! Oh. Okay. Okay. Warum nicht? Klar ist die ein Hand. Deswegen war die so schwach. Ja, genau. Ich dachte, das wäre ne Zweihandwaffe. Okay, dann ist sie natürlich interessant. Jetzt muss ich nur noch... ein Schild oder so bekommen. Jetzt bin ich nur deutlich langsamer. Können wir los, ja, ne? Ja. Huch, oh, ich bin wieder zurückgelaufen. So, jetzt. Wait for me! Du bist doch schneller, jetzt. Bestimmt doch gar nicht. Ne? Hast du 10% Bewegungsgeschwindigkeit? Bestimmt, irgendwo. Ja, ich nämlich nicht. Für wen hat das immer auch wieder nicht aus? Na ja, das ist schon ordentlich. Na ja, das ist schon ordentlich. Hat er nen Pümmel, ja. Da wird... Jetzt erinnere ich mir, wie ich war. Ihr habt meinen Geist weh, liebe mich. Ich liebe, liebe, liebe mich. Rede nicht. So, das Video, würde ich sagen, machen wir ja nächstes Mal, ne? Ne, noch nicht. So. Okay. Ja, weg damit. Weg damit. Weg damit. Ähm. Weg damit. Weg, 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 weg. Ähm. Weg damit. Die beiden Sachen packe ich in die Truhe. Dann gucke ich noch einmal nach. Habe ich irgendwas für die Waffe? Leben pro Teufel? Nein. König der Treffer schaden? Nein. Schaden. Neunschaden. Erhöht den Schaden gegen Elite-Gegner? Oh. Das ist natürlich praktisch, so ein Cheat. Aber Trefferschaden ist doch eigentlich ganz gut, oder? Äh. Trefferschaden? Ja. Kritischer Trefferschaden, meinst du? Ja. Ja, na klar ist das gut. Hm. Mach ich das lieber mal. Ja, 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 ja. Achso! Das gehörte dazu? Also zu der Saison. Okay. Was gehörte dazu? Ähm. Ähm. Ich hab äh 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 in meiner Waffe. Achso. Fünf Stück musst du haben. Ja, dann. Achso. Ah, okay. Hab ich noch was für den Kopf? 12% Leben. 15% mehr Erfahrung? Nein. Boah, Alter. Weiß kostet 5000 Gold, ey. Ja. Deswegen werd ich das nochmal einmal machen. Ne, ich, ich wollt das grad machen, aber weiß ist mir, das ist mir zu teuer. Alter, sieht das bei mir. Also bei mir sind, also gleich im Bildschirm, äh 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 das wird krank aussehen. Uh. So, einmal ausbilden. So. Hervorragend. Nein, 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 nein. Alter, ich hab fast auf den Karawanenmeister geklickt. Naja, ist die Promos, ist ja nicht schlimm. Handwerker. Ausbildung. Ja. Ein herzliches Lebewohl an unsere Rechte. So. Wie das sich anfühlt. Geil. So. Ist schon geil. Ja, wir locken mich aus. Gehen wir raus. Wir gehen erstmal in den Titelbildschirm. Spiel verlassen. Die Uhr, Alter. Ja, oh. Das sieht echt nice aus. Alter, mit dem... Boah! Und ich hab meine Peitsche dabei, so wie es aussieht. Was? Deine Peitsche? Hä? Ne. Sieht aus, als ob das Ding da am Faden runterhängt. Aber ist es ja nicht. Oh! Alter, Spiegel. Drei Uhr, Alter. Leck mich. Dann, bis zur nächsten Aufnahme. Tschüss. Tschüss.